Joa, grüß dich Gott! Heute habe ich euch einen Leckerbissen mitgebracht und zwar ein Wahlplakat von den Grünen. Auf diesem Wahlplakat steht, eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen und darunter der Slogan der Grünen wahrscheinlich, kommt, wir bauen das neue Europa. Außerdem sind auf dem Plakat drei Sticker zu sehen. Ganz oben haben wir einmal FCKNZS, das steht wahrscheinlich für Fuck Nazis und unten haben wir einen Sticker mit einer weißen Friedenstaube und einen bunten Sticker, der wahrscheinlich die LGBT-Community repräsentieren soll. Kommen wir zu der Sprache vom Plakat. Einmal mutig ist ein positives Wort. Mut, das ist eine Tugend nach Aristoteles und also ganz klar positiv konnotiert, Gesellschaft habe ich auch mal als positives Wort eingeordnet, weil eine Gesellschaft ein Kollektiv bedeutet und wenn wir in einer Gesellschaft zusammenleben, ja dann stellen wir uns vor, da habe ich den Bäcker, da habe ich den Zahnarzt, wenn ich den Brötchen will, kann ich zum Bäcker gehen, wenn ich Zahnschmerzen habe, kann ich zum Zahnarzt gehen. Das heißt, eine Gesellschaft ist viel besser als alleine auf einer Insel gestrandet zu sein und dann geht es uns allen besser. Keine Angst ist auch ein positiver Begriff, ja, wenn man keine Angst hat, wenn man furchtlos ist oder mutig ist, das ist ja eigentlich fast das Gleiche, also auch sehr positiv und ganz unten noch, bauen ist ein positives Wort, ja, lass mal einen bauen oder lass uns etwas bauen, da ist man immer kreativ anstatt destruktiv, was ja eigentlich auch was Positives ist und das neue Europa wirkt auch immer positiv, ja, wenn etwas Neues, wenn ich ein neues Handy habe, aber dann ist das immer was Gutes und wenn man ein neues Europa hat, dann muss das ja auch was Gutes sein. Kommen wir zu meinem Kommentar von diesem Plakat. Meine erste Frage, ich weiß, ich stelle immer ganz dumme Fragen, aber meine erste Frage hier ist, was ist denn die Gesellschaft? Warum heißt das Wahlplakat nicht, ein mutiges Individuum lässt sich keine Angst machen? Also warum geht dieses Wahlplakat in die Richtung kollektiv anstatt in die Richtung Individuum? Und ich würde sagen, weil die Grüne, die Partei, generell eine recht linke Organisation ist und der Unterschied zwischen Links und was auch immer das andere ist, das habe ich ja auch in einem anderen Video schon kommentiert, ist der Kollektivismus gegen den Individualismus. Charles Krüger hat dazu auch ein sehr gutes Video gemacht, für alle Leute, die das weiter interessiert, werde ich an dieser Stelle verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen. Also die Grünen invoken hier das Kollektiv, ja, die Gesellschaft und sie sagen eben, eine mutige Gesellschaft lässt sich keine Angst machen und meine nächste Frage dazu ist, ist Angst per se etwas Schlechtes? Und wenn ich da zwei Sekunden drüber nachdenke, würde ich sagen, nein, nicht immer ist Angst etwas Schlechtes. Zum Beispiel, wenn ich oben auf dem Eiffelturm stehe, gerade über die Brüstung gestiegen bin und nach unten gucke, dann habe ich Angst. Ja, ist das etwas Schlechtes? Nein, weil mein Körper realisiert so ein bisschen, wenn ich da jetzt runterspringe, dann bin ich matsch, dann bin ich tot, dann gibt es mich nicht mehr. Das heißt, die Angst schützt mich hier vor der Selbstzerstörung. Natürlich gibt es aber auch Situationen, in denen man Angst vor Dingen hat, die das Leben nicht bedrohen und in solchen Fällen ist dann die Angst meistens etwas Schlechtes, etwas Lähmendes und man macht dann bestimmte Sachen nicht, einfach weil man sich nicht traut. Eine weitere Frage, die ich in meinem Kommentar aufwerfen möchte, ist, wer macht uns denn Angst? Das geht in die Richtung Terrorismus. Ja, Terror ist ja auch eine sehr, sehr starke Form von Angst. Und meine persönliche Position dazu ist, dass es vor allem die Massenmedien sind, die uns Menschen tagtäglich Angst machen. Und das sind teilweise Situationen, vor denen ich mich gar nicht schützen kann. Ich gehe morgens in den Bäcker rein und möchte mir mein Frühstück kaufen. Und da liegt dann auf einmal die Bild-Zeitung offen mit einer fetten Schlagzeile, die irgendeinen Stuss behauptet und mir Angst macht. Und teilweise könnte das natürlich auch eine Angst sein, die vollkommen berechtigt ist. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel über irgendwelchen Krieg liest, dann könnte das ja auch früher oder später uns hier in Deutschland betreffen. Was man auch verstehen sollte, ist, dass Angst ein hervorragender Motivator für Individuen oder eine Gesellschaft ist. Ein Beispiel, an das sich der ein oder andere vielleicht von euch noch erinnern wird, ist der 11. September 2001. Damals gab es einen Terroranschlag in den Vereinigten Staaten. Und die Vereinigten Staaten hatten Angst. Infolgedessen wurde der Patriot Act verabschiedet und mehrere Kriege im Nahen Osten angefangen. Das heißt, oder ich glaube Winston Churchill hat das mal gesagt, lass niemals eine gute Krise ungenutzt vorbeigehen. Und ähnlich war das auch hier. Wenn die Leute Angst haben, wenn sie um ihr Leben fürchten, dann kann man schnell irgendwelche Regulationen, irgendwelche Kontrollen aufdrücken, die die Leute in einem rationalen, ruhigen Zustand gar nicht angenommen hätten. Wenn ihr übrigens mehr über den 11. September wissen wollt, dann empfehle ich euch Vorträge von Daniele Ganser. Ich sage nur Stichwort WTC 7. Und damit kommen wir zur Punchline von diesem ganzen Plakat. Wieder finde ich ein super Widerspruch hier. Und zwar der Sticker ganz oben. Ja, fuck Nazis. Ich interpretiere das jetzt einfach mal. Ich denke, das lesen die meisten Leute genauso. Ist das nicht Angstmache vor den Nazis? Beziehungsweise Angstmache vor rechts. Das höre ich ganz, 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 ganz oft. Nicht nur in den Medien, sondern auch mit Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Dann heißt es, oh ja, die AfD ist voller Nazis zum Beispiel. Oder die AfD sei rechts und daher voller Nazis. Das ist ja mittlerweile schon ein Synonym. Und letztendlich sind es eben genau diese, ja, relativ linken Parteien, die Grünen, die SPD, mittlerweile auch die CDU und die Linke, die uns Angst machen wollen vor den vermeintlichen Nazis, die wieder in Deutschland aufkommen. Also für mich hier völlig paradox, warum die diesen Sticker oben auf ihr Plakat drauf gemacht haben. Mit dem Fakt Nazis wäre es nicht viel besser, ein Kumbaya-Sticker dahin zu machen. Muss man natürlich aber auch aus der Perspektive der Grünen betrachten, wenn die Leute Angst vor Nazis haben und wenn sie dann solche Plakate von den Grünen lesen, dann denken sie, oh ja, ich habe Angst, ja. Sie haben sich schon Angst machen lassen und wählen dann am 26. Mai die Grünen. Ob du Angst vor Nazis oder generell vor rechts hast, was auch immer das heißen mag, lass mich das in den Kommentaren wissen. Jetzt steht die Europawahl ja kurz bevor. Ich hoffe, meine kleine Reihe hat dir gefallen. Entweder dich zum Lachen gebracht oder vielleicht sogar zum Nachdenken. Und ich persönlich muss sagen, ich bin jetzt einfach mal super gespannt auf das Wahlergebnis vom Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen für diese Reihe. Wenn du mehr von mir, von meiner Meinung hören willst, dann kannst du meinen Podcast abonnieren. Den gibt es auf iTunes und auf Spotify. Einfach Alex Anarcho dort eingeben und dann wirst du relativ schnell darauf kommen. Ansonsten lass mir einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass dir das Video gefallen hat und dass ich eventuell in Zukunft mehr von solchen Content produziere. Mein abschließendes Wort zu dem Ganzen ist, lass dich nicht mit der Masse ziehen. Sei kein Herdentier, sondern halte ein. Benutz deinen präfrontalen Kortex, also den Teil vom Gehirn, den nur wir Menschen haben, den die Tiere nicht haben und denk nach. Bild dir deine Meinung. Adoptiere nicht einfach meine Meinung, sondern benutze meine Argumente, die ich jetzt in dieser Reihe gebracht habe, um dir deine eigene fundierte Meinung zu bilden und stehe dazu. Und zu guter Letzt, falls du dieses Video wertvoll findest, teils mit deinen Freunden, damit die Message noch mehr Leute erreicht. Peace out.